Du hast einen coolen Pickup und möchtest diesen für Arbeit, Sport und Freizeit optimal nutzen? Du hast eine offene Ladefläche oder ein festes Hardtop verbaut, welches dich in deinen Möglichkeiten einschränkt? Dann komm zu uns! Wir haben die Lösung, um aus deinem Pickup einen kreativen Allrounder zu gestalten. Dank unseres einzigartigen Wechselsystems kannst du je nach Bedarf deinen Original-Pickup individuell nutzen. Die Basis bildet ein leichter Grundträger, der ohne Änderung am Fahrzeug auf die Ladefläche geschraubt wird. Darauf können unsere Produkte Cap-Top, Flap-Top oder unser Auszugsboden mittels Schnellverschluss schnell und einfach montiert werden. Somit ist dein Fahrzeug endlich vielseitig einsetzbar und nicht nur auf eine Funktion beschränkt. Heute ein Laster, morgen ein Camper. Alles mit deinem Pickup. Heute ein Schallbé摩 mit deinem Pickup